Um das Haus ringsherum reite ich um der Weile, da ich arm aber bin, reiten alle Weile. Jedes Kind, das in Brandenburg geboren wird, muss gleiche Chancen haben. Das sind, was Regine Hillebrand mal als Kind unserer Gesellschaft bezeichnet hat. Und sie hat noch einen schönen Satz gehabt. Sie hat gesagt, Kinder, der wahre Sinn des Lebens liegt im Miteinander. Ganz herzlich willkommen hier auf dem Bergschmidthof in Altranft. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Herr Bergner, recht herzlichen Dank für Ihren Einsatz und wir haben heute Gelegenheit... Untertitelung des ZDF, 2020